tach leute da sind wir wieder und zwar der richtig und ich hab den in jungen planeten gott sei dank weil ich brauche noch 100 indium wir müssen ja diese mobilen da kraften um den atlas denn irgendwann darin zu schieben wollen wir mal so und der junior ist was am machen ich glaube das ist wertvoll es ist nicht hier es ist auf jeden fall ich glaube es ist das doppelte wert wie das vorländer hier genau aber es ist jetzt nicht wirklich braucht man nicht also man braucht ein prozent das sieht ja mal wieder special aus hier ja da gibt es in jungen in die oma stimmt online was ist denn das für ein rote ding hier mal wieder eins was sie noch nicht gesehen habe ok da hinten alter wie sieht denn die raumstation aus ich ja warte ist das eine raumstation weiß ich nicht das ist eine raumstation hey das ist doch keine raumstation äh die ist so rot schwarz papa ja die ist so rot schwarz und hier kann man im hinteren teil rein laufen ja ich weiß halt oben drauf laufen und dann kann man hier so durch so einen tunnel und dann ist die kaputt 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 ich bin gerade in der kaputt ich hatte auch schon mal eine kaputte Teleporter so das war es jetzt schon irgendwie das war drei pass also okay hier ist ein Teleporter defekter separator oh und hier ist es irgendwie kalt ja ich glaube hier ist so so das ist ja das da ist ja gar nicht das da das ist ja das da so also denn wenn wir jetzt mal hier nach Indium gucken Kobalt der Kobalt ist auch schön so also denn wenn wir jetzt mal hier nach so äh eine verlassene Raumstation halt halt ey das ist doch nicht dein Ernst das du musst doch nicht sein ich guck doch nee ich brauch mit Ganze Indium yes Indium Jut Jut haben wir wie viel 219 reicht was hast du Indium jo so das Raumschiff und den ganzen Kram mal craften ich brauch jetzt als nächstes genau das da ja was ist das jetzt das der frotische frotische jade Zustandsphase Noval Regenerat Noval Regenerat sehr schön warte 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 jetzt kann ich die modifizierenden Quanten machen ja warte 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 und jetzt Herz der Sonne und Herz der Sonne ist doch das letzte oder Ja, aber trotzdem laden. Ja. Muss doch noch mal zurückfliegen. So... Marie... Verdammt! Ah, wie viel... Ah, doch, warte. Kann ich doch safe zurück machen, oder? Echt? Wie denn? Ja, ich kann das braten. Nee, dann komm mal total raus. Fuck. Ach, come on, ey. Ja, dann ab, noch mal Emeril. Ist doch nicht so wild. Kriegst du an jeder Ecke im grünen System. Ja, aber dann muss ich wieder ins grüne System. Ja. Muss man, ne? Muss ich jetzt... Bitte. 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 Warum kann an selbstgebauten Hundertstation keine Kabelbäume sich kaufen? Weil es zu einfach machen würde. Scheiße. Oh, wir haben wieder einen Zuschauer. Hallöchen Zuschauer. Wir sind hier... Irgendwie in der letzten Zuckung... Äh... Vom... Atlas-Fahrrad oder sowas. In... No Man's Sky. Ohne Errungenschaft habe ich freigeschaltet. Whatever. Entdecker. 75 Mal gewrapped. Nice. Geworbt. Geworbt. Aber so ein Wrap wäre jetzt echt geil da. Hm, stimmt. So, lass mal gucken. Habe ich hier noch Platz im... Ja, da habe ich Platz. Da habe ich da auch noch Platz. Das ist wichtig. Das weiß ich gar nicht, wofür ich das brauche. Ist auch komisch hier. Macht aber nichts. Rostkristall. Ah ja. Ey, ich habe jetzt Haupt- und Technologie bei meinem Rucksack fertig. Hm? Das ist alle voll. Alle Plätze. Sehr schön. Und Fracht kostet echt 200,000. Also ich fliege jetzt noch mal zu einem... zum Kong Omega. Und vielleicht kriege ich noch aktiviertes Kupfer. Ja, dann kann ich das auch noch verkaufen. Gibt bestimmt Fettknete. Göttchen, das ist ein komischer Planete, ey. Ist aber gemäßigt. Dummerweise aggressive Wächter. Ja. Aber es gibt wieder Pognium. Hä? Wait. Habe ich das mit dem Marie schon getan? Geil. Ja. Sehr schön. Geil. Ja. Sehr schön. Dann gehe ich mal schnell in meine Hose dach hin. Zack. Ich gehe kurz mal auf die Toilette. Ja, ist ja super in der Aufnahme. Aber wer so viel säuft. Muss auch mal das Weltall vollpinkeln. den Moment. Gravitationswelle, die haben noch wie die Querte. Es gibt auch noch was. Gut. Hört auf mich zu beschießen, ihr Drecksviecher. Boah, fuck. Wir sind ja gar nicht Hunde dabei. Ihr Pisser. Wo seid ihr? Ja, ob da freie Plätze im Schiffsinventar sind, ey. Drecksviecher. Ich brauche mir Plätze im Schiff, ey. Nicht gegen die Bäume fliegen. Okay, ihr Gravitationsbälle, ich muss euch alle schnell einsammeln. Ich brauche meine 40 Millionen wieder. Ich will ein bisschen schneller gehen. Die Wichser kommen. Die beschießen mich. Nein. Die Schweine. Die Schweine. Oh, warte, 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 warte. Hier läuft irgendwo die nach. Vorstehender Sturm. Auch das noch. Du hast jetzt endlich deine Murmeln fertig. Wo ist denn der? Ich höre ihn doch hier. Ich höre ihn doch hier. Ich höre ihn doch hier. Ich sehe ihn aber nicht. Es wird heiß. Es wird heiß. Was ist denn scheiß? Nee, es wird heiß. Hier ist doch scheiß drin. Ja, heiß ist es. Oh, fuck. Hochleistungsanzug. Da wollte ich es hin machen. Da wollte ich es hin machen. Kein Platz mehr. Alles klar. Ah, ich sehe gar nichts mehr hier. Mit Indium muss ich ja keinen Antrieb mehr machen, oder? Wo sind denn jetzt die Ressourcen hier? Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Hier. Ich sehe gar nichts mehr. Das ist jetzt. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe, das ist ja nicht mehr. Paraffinium. Aktiviertes Ferit. Aktiviertes Kupfer. Wie sieht es aus? Ich brauche nur noch Gold. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Der hat das Regenbogen. Da muss ich auch gehen. Aua, 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 aua. Gegen die Bäume immer. Nein. So, dann kann ich mal wieder in dieses System zu gehen. Also, komm schon mal in den Stall rein. Ja, 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 gleich. Ich mache jetzt noch den Kupfer hier, das Aktivierte. Wollen wir mal gucken, upsala, wie viel Schotter das bringt. So. Jetzt wüsst du, wo mein Schiff ist. Da hinten ist es. Oh, und hier liegt noch etwas drum. Nehmen wir doch gleich mal mit, ey. Und wenn ihr Drecksäcke mich weiter beschießt, ey. Ich schieße zurück, ey. So, aktiviertes Kupfer. Macht 60.000. Diese 200 nochmals. Das ist nicht schlecht. Sag ich mal. mehr als das Pugneum. mehr als das Pugneum. Warte, ich muss rausfliegen aus dem Planeten hier. Du bist schon drin oder was? Ähm, ich fliege gerade rein. Ich habe ein paar Wächter am Arsch. Ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Du musst die ganze Zeit geradeaus fliegen und die ganze Zeit leertaste Sperm und wenn es dann funktioniert oder gedruckt habe. Feindliche Schiffe übernehmen sich. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Flucht möglich, sehr schön. Flucht möglich, sehr schön. Schau, ist das weit weg? Ja. Und ein bisschen was abtanken. Ja, okay. Man muss das wieder von Anfang an aktivieren, die Teile. Aber sonst geht es nicht. Okay. Okay. Äh, wo bin ich? Wo ist der Eingang? Doch. Ich kriege schon mal da irgendeine Nachricht hier. Plotte erweitern, nicht wahr? Bla, Korvax, LQ, Schiff. Nee, danke. Ich möchte nicht. Alles gut. Ja, ja. Nerv nicht, ey. Wo ist der verdammte Eingang? Da ist er. Ja. 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 Autof parlar ist coisas. Dann aktiviere ich mal alle Teile hier. Warum macht das? Ich glaube ich muss nicht. Ich kann... Nee, nee, nee. Mein Herz der Sonne habe ich doch. Herz der Sonne. Okay, ich musste dann vielleicht doch alle aktivieren. Weiß ich nicht. Ja. Cool, ja. Okay, same procedure. Okay, ich warte dann ab. Aber jetzt der Sonne habe ich. Herz der Sonne. Okay, der ist. Jetzt muss ich den hier. Dann hauen wir mal rein, wa? Ja, ich habe doch eine Herz der Sonne. Wollen wir noch irgendwas anderes machen? Kann ich nicht reinpacken. Ich habe es aktiviert. Ah, jetzt. Was? Sushi? Oh, ich habe Hunger. Ja. Was willst du mit Sushi? Ja, ich dachte, da steckt Sushi. Oh. Oh, der Schmiede der Welt stehe ich. War nur ein Benutzer. Oh, ich kann einen neuen Stern erschaffen. Ja, ich auch. Mach ich jetzt. Soll ich auch? Mach doch. Oben da habe ich. Sternsamen. Sehr schön. Platin, Tritium, Gold. Äh, Raffiniere. Platin. Habe ich das nicht? Also Platin habe ich es doch. Ja, okay. Genau, dann ist das hier. Oh, Gold fehlt mir, glaube ich, aber. Was soll ich bauen? Wie heißt das Ding? Sternsamen. Äh, wo mache ich das? Ah, ich muss dahin wieder zurück. Muss ich den wieder anklicken? Nee, oder? Äh. Da ist ein schwarzes Loch. Sternsamen installieren. Eine Technologie. Mir fehlt ein Gold. Mir fehlt ein Gold. Okay, das ist Platin. All die Hühnergatter hier im All, das sind Platin. Ahem. 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 Soll ich das denn in der Hütte hier installieren oder wo soll ich das machen? Wieviel Klatschen braucht man denn? Von allen 16. Eine Bedrohung geortet. Echt jetzt? Okay, nee, das ist nur so ein Kopfgeld. Ist egal, hol mal fix. Ah, bei der Technologie kannst du das installieren. Und denn? Ich hau das mal bei mir im Anzug rein. Mal gucken. Technologie ist installiert. Okay, und jetzt? Sternsamen. Ein winziger Funken aufbewahrt in einem Eindämmungsfeld unbekannter Herkunft. Der Samen pulsiert vor Leben. Versessen darauf zu entkommen und sein Potenzial auszuschöpfen. Okay. Na gut, ich hab's installiert. Und jetzt? Ist ja ein bisschen abgeschlossen, studieren von mir. Wenn ich jetzt, äh, hier, ich soll jetzt ein schwarzes Loch erreichen. Äh, ich sollte an der Mut kommen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht mehr in der Folge, würd ich sagen. Hm. Ja. Nee. Ja, machen wir nicht. Ja. Ja. Von daher würde ich jetzt nämlich noch Zeug verkaufen. Also ab Weltraumstation und Zeug verkaufen und dann ist gut. Für die Folge. Für die Folge. Ja. Ja, so sieht's aus. Ja, guck mal, ich muss es auch machen. Äh, hä? Fünf schwarze Löcher. Sechs. Da ist ein schwarzes Loch eins. Das ist mal noch feindlichen Scannen. Na gut, den feindlichsten Scannen machen wir auch noch. Vier. Fünf. Er will mich unbedingt hier, der wird ja wieder sowas von ein Arsch voll kriegen. Wirst du dir schwarze Löcher gebissen? Weiß ich nicht, guck mal gleich. Äh, guck mal nächstes Mal. Nicht gleich. Da sind sogar zwei schwarze Löcher. Oh, der erste ist weg. Zweiter ist weg. Wir gucken, wie nahe ich da bin, wie mir ballert. Schön. So, der ist auch weg. Irgendwo haben wir noch einen. Da ballert da. Weiß ich nicht. So, Leute. Ab zur Raumstation. nicht einparken hier und irgendwelche schwarzen Löcher gucken wir in der nächsten Folge nicht in dieser so und nachher sagen jetzt der Jungfilm und der alte Film lasst doch oben da lasst Kommentare da Tipps und so weiter und gerne ein Abo wenn wir uns sehr drüber freuen und jo schon einfach in Abspann da ist noch ein bisschen was verlinkt und ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge also tschüss tschüss auch 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 uns